grüß euch liebe leute heute wollen wir mit der dji mini einmal ein bisschen im wald gehen das muss man üben weil die äste hängen tief und es ist nicht wie bei der dji r dass alles überwacht wird sondern man muss hier mit den augen fliegen viel spaß das Das Wichtigste generell ist mal, dass man rausgeht, fliegt, Freude hat, übt, einfach nur mal fliegen, um auch die Handfertigkeit zu lernen. Untertitelung. BR 2018 Wie heißt es so schön, Übung macht den Meister, auch eine Handlandung ist nicht so einfach, aber üben, 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 fliegen und landen. Wie heißt es so schön, Übung macht den Meister, auch eine Handeltung. Untertitelung des ZDF, 2020 Und entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität. Dies ist heute mein erster Versuch mit einem Mikrofon. Da habe ich nicht das Beste genommen, was es zu kaufen gibt, sondern eher eins von der unteren Kategorie. Nicht böse sein und ich versuche mich zu bessern. Macht's gut, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir stören a thousand views Die Lachen, die Florek, die Naked Die Flamen, die Florek, a thousand views Ich hoffe doch, der kleine Rundflug hat euch ein bisschen gefallen Und nachdem, bis bald, tschüss! Wir stören zu fangen, bis bald, tschüss! Wir stören zu fangen, bis bald, tschüss! Wir stören mourning, bis bald, tschüss! Wir stören zum Verwanderten Das Wunden Vielen Dank.